Indianer Reservat im Widerstand gegen Ölindustrie Die staatliche Nationalgarde gegen die protestierenden Ureinwohner aufmarschieren Es kam zu Massenfestnahmen und zu einer regelrechten Militarisierung des Protestgebietes Eine beauftragte britische Sicherheitsfirma setzte sogar Kampfhunde und Tränengas gegen friedlich Protestierende ein Solidarität kommt jedoch vermehrt aus aller Welt und wird von den indigenen Stammesführern ausdrücklicher beten Eine persönliche Protestmail kann direkt an den Gouverneur von North Dakota gesendet werden um den uneingeschränkten Schutz für die Einwohner der Standing Rock Sioux Reservation einzufordern